I am independent, I am dedicated, doing it my way, doing it my way, yes I am, I am in control, I am, watch me go, doing it my way, doing it my way, can you hear me say, yes I am. Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen, mein Name ist Sabine. Immer wieder mittwochs im März, heute die zweite Challenge und wir machen heute das Karten-Thema. Heute ist allerdings noch ein Jubiläum, heute ist die hundertste Challenge, immer wieder mittwochs. Ich freue mich wirklich, dass wir so lange durchgehalten haben, da habe ich am Anfang gar nicht mal so mit gerechnet, aber es ist super, wie eure Rückmeldung, eure Resonanz ist und aus dem Grunde hatte ich mir für den März einen etwas größeren Gewinn für euch auch herausgesucht Und zwar gibt es die Stanzformen künstlerisch, das ist dieses Blumenset, das kann man tatsächlich komplett ohne Stempel auch benutzen, weil alleine hier dieses Blumenbouquet, das ist so filigran, da braucht man schon fast keinen Stempel mehr, höchstens einen Text dazu Und auch diese Blätterranke sieht hervorragend aus, wenn man die einzeln auf eine Karte bringt Also, das Stanzen-Set gibt es im März zu gewinnen, also am zweiten Mittwoch im April ist die Auslosung Das hat ja dieses Mal ganz gut geklappt, es sind nur zwei Umschläge oder drei, zwei oder drei tatsächlich dann im Prinzip zu spät gekommen Also, das Thema sollte ich vielleicht noch ankündigen und wie immer wieder mittwochs funktioniert, immer wieder mittwochs ist eine Challenge für den guten Zweck Ihr schickt mir eure Karten an die unten eingeblendete Adresse Ich sammle die Karten, jede Karte ist ein Los und am zweiten Mittwoch im nächsten Monat wird es dann verlost In dem Fall jetzt dieses Stanzen-Set Ich zeige jede Karte, die hier ankommt Achso, pro Challenge maximal zwei Karten Und der Folgemonat kann im Prinzip auch noch genutzt werden Also, wenn die Karten zu spät bei mir ankommen, kann ich die um einen Monat aufschieben Also, die März-Karten, die können dann auch in die April-Verlosung noch mit reingehen, wenn sie bei mir nicht zeitig angekommen sind Wir hatten schon am ersten Mittwoch im März eine Farb-Challenge Und heute machen wir, wie gesagt, das Karten-Thema als tausend Jetzt bin ich schon ein bisschen größenwahnsinnig, oder? Als hundertste Challenge Tausend wäre auch nicht schlecht Gut, Spaß beiseite Ich sage euch jetzt mal, was denn das Thema für diesen Monat ist Ich dachte mir an feierliche Kinderfeste Und habe dabei also an Kommunion, Konfirmation, Firmung gedacht In den neuen Bundesländern gibt es noch die Jugendweihe, soweit ich das weiß Also auch das würde zählen Und ich habe eine Karte zur Taufe gemacht In dem Fall für ein Mädchen Weil ich die Grundkarte in Blütenrosa gewählt habe Das ist allerdings austauschbar Bei einem Jungen würde ich vielleicht nicht die kleinen Blüten nehmen Da würde ich vielleicht Sterne nehmen Aber das ist ja jetzt nicht so, ist ja austauschbar, finde ich, ne? Also ich habe hier eine Grundkarte in Blütenrosa Darauf das neue Transparentpapier aus dem Mini-Katalog Januar bis Juni Ich weiß nicht, kann man das gut sehen? Das ist bedruckt Seht ihr? Das ist in dem Falle mit weißer Schrift, Schreibschrift bedruckt Die übrigen Designs sind dann auch noch mit Pünktchen und Linien, meine ich Aber ich finde das als Hintergrund ganz schön Weil es die Farbe ein bisschen abschwächt Ich habe also jetzt hier den Blütenrosa Rand Und der Rest, der ist ja doch ein bisschen matter jetzt durch das Transparentpapier Darauf ein Stück grundweißen Farbkarton Und dann habe ich aus dem Stempelset Freundschaftsblüten Hier unten diese Blütenreihe verwendet Und habe die in sechs Farben mit dem Stemperatus untereinander abgestempelt Und da den Text Glück und Segen zur Taufe draufgesetzt Der ist in schwarz Der ist zu finden in dem Stempelset am besten zusammen Da ist auch noch zur Konfirmation die besten Wünsche mit drin Im Jahreskatalog ist dieses Es gibt auch ein Set im Minikatalog Januar bis Juni Also jetzt Frühjahr Sommer Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie das heißt Das blende ich euch aber noch ein Da ist Kommunion und Konfirmation dann auch drin Das finde ich ja immer ein bisschen schade Da sind wir ein bisschen Wie soll ich das jetzt sagen Gering bestückt bei den Stempeln, oder? Bei uns ist das ja nun doch Oder sind das ja nun doch wichtige Feste Aber da haben wir nicht so besonders viel Und finde ich hier dieses Glück und Segen zur Taufe Das ist eine schöne Schriftart Und zur Konfirmation die besten Wünsche Das kommt auch gut, weil das ein bisschen gerader ist Und da sprechen wir ja nun doch schon von Jugendlichen Die finden dann so eine niedliche Schreibschrift Dann schon nicht mehr so toll, glaube ich Also die Blütenreihe habe ich gestempelt In Himbeerrot, Bonbonrosa, Blütenrosa, Bermudablau, Jade und grüner Apfel Dazu habe ich ein paar Steinchen geklebt Das ist der Basic Strassschmuck in den Inkolor Ich weiß, dass das im Prinzip nicht die richtigen Farben sind Da der aber so stark reflektiert Durch den Schliff und die Beschichtung da drauf Nehmen die Steine wirklich den Farbton des Stempelabdrucks an Und man sieht hier gar nicht, dass das zum Beispiel eigentlich ja Papaya ist Das kommt mit dem Blütenrosa jetzt wirklich sehr, sehr schön hin Und aus dem Grunde finde ich das völlig okay Dann habe ich mir noch grüner Apfel, Jade und Bonbonrosa genommen Und habe damit noch ein bisschen gespritzt Ich habe wirklich einen Wassertankpinsel genommen In den Deckel der Stempelkissen etwas Farbe reingedrückt Mit dem Wassertankpinsel hochverdünnt Und dann auf einen Stift abgeschlagen Ihr könnt aber auch auf den Fingerrücken oder die Fingerseite abschlagen mit dem Stift Ihr wisst schon, was ich meine Das ist mein Wassertankpinsel Und ihr haut dann nachher so drauf Dann spritzt das Das werden keine dicken Tropfen Also das Größte, das sind hier diese in Bonbonrosa Ja, die sind vielleicht ein Millimeter auf zwei Also es werden keine Kleckse, sondern wirklich sehr dünne Spritzer Das ist die Idee für meine Taufkarte Und ich bin wie immer gespannt, was ihr draus macht Feierliche Kinderfeste, Kommunion, Konfirmation, Jugendweihe, Taufe Wenn euch noch was anderes in der Richtung einfällt, natürlich auch gerne Wir sehen uns wieder, wenn ihr möchtet, am Samstag Da haben wir super Samstag Video-Hop mit dem Team Stempelkultur Und ansonsten nächsten Mittwoch dann zum Hundertersten Immer wieder Mittwochs Hört sich auch schön an Hundertersten Ich wünsche euch eine schöne Restwoche Viel Spaß beim Basteln Und bis dann Tschüss Ich bin in Kontroll Ich bin in Kontroll Watch me go Doin' it my way Doin' it my way Kann ihr heben sagen Yes, I am